Hallo und herzlich willkommen zurück zum Playable Feather von Gothic. Wir sind beim letzten Mal hier stehen geblieben und haben Caden's Schwert bzw. das Schwert von Rufus bekommen, der da lustig vor sich hin brutzelt oder gebrutzelt hat. Und nun hatten wir hier noch einige Sachen, die wir so zu erledigen haben. Das Problem ist, da die Aufnahme... Ich hatte das ja alles eben schon mal aufgenommen. Da aber mein Spiel sich irgendwie gedacht hat, ach wir fahren einfach mal plötzlich den PC runter. Ich weiß nicht, wie doof, weshalb, warum. Aber keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, warum hier... Waren wir doch eigentlich schon drin oder nicht? Eigentlich waren wir hier schon da drin, aber okay. Ach stimmt, wir haben hier auch... Das Ding hat sich einfach nur wieder geschlossen. Naja. Ähm, ja. Es war auf jeden Fall so, dass ich hier schon, ich glaube, eine halbe Stunde aufgenommen habe. So dass ich das Spiel aber gedacht habe, äh... Hä? Nee, einfach mal nee. Ja. Und das ist es für nun. Und ich nehme das hier noch mal auf. Da weiß ich leider schon... bisschen, wie es weitergeht. Aber noch nicht alles. Hoffe ich. Ansonsten wäre das jetzt ein bisschen ärgerlich. Hier ist auf jeden Fall so, dass ich hier noch ein bisschen ähnliche Ähnlichkeit mit dem Nepp anhaben habe. und will ich mir ganz kurz hier wo auch immer der gerade verdeckt ist mitgezogen das klappt aber nicht besser das klappt den erkäufer auch plündern ausräubern so da geht es dann gleich für uns drüber ich muss auch noch die kisten da hinten öffnen die wir beim letzten mal gesehen hatten ich sehe gerade ein, dass ich eigentlich nur einkaufen müsste ok so und ich verwechsel erst jedes mal und z das ist so nett zählen nicht die testen drücken ok was gibt das jemanden dass ich gleich wieder aus dem spiel fliege wegen dir oh oh du kannst dir deine eigenen Mahlzeiten kochen diese können ein paar gesundheitsmittel herstellen oder bestimmten Werten einen vorübergehenden Zug bringen manche Rezepte sind in der Umgebung versteckt andere wiederum kannst du von ausbildern lernen ja wird noch sehr nützlich schauen wir uns doch erstmal hier oben schauen wir uns doch erstmal hier oben schauen wir uns doch erstmal hier oben ich jäge das immer noch dass diese eine Aufnahme eben abgekackt ist denn ich bin ein wenig im Zeitraum leider wenn ich heute auch noch arbeiten muss und lernen oh ich kann sich in den Ferien nichts schöneres vorstellen aber aber so ist das leider hier ist nur Erzbrocken da hinten sind Wölfe viele Wölfe wenn ich das so anmerken darf hier nochmal hoch und hier ist noch eine Fackel oder nicht ganz toll hätten wir uns auch sparen können Speichhilfe so 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 Wölfe Nummer 1 ah da lass mich nicht von also das mit dem blocken und parieren das funktioniert hier noch nicht so ganz finde ich so dürfte ich dich besser erledigen jetzt mach ich mal ganz kurz komm Wufi boah oh jetzt krepp du ganz oh das ausweichen Klappler da so na wir lieber vielleicht stecken Die Münze. Zähl ihm, das war ich. Mann. So. Schöne Sache. Fleischschwanzen! Fleischschwanzen, Ragu, Allah's Nuff. Wer sich denn noch aus dem ersten Teil erinnert? Ob er die Fleischschwanzen sammeln muss. Alles klar. Da liegt noch ein bisschen Fruchtiges. Das gucken wir uns später an. Jetzt geht's aber erstmal hier hoch. Das hat sich leider auch schon entdeckt. Und... Was mir auch aufgefallen ist... Das hier... Das ist die Ecke ist, wo man im alten Gothic, direkt von dem See unten, wo man dann ja ist, reingeworfen wurde. Nach dem Gespräch mit Diego ist man dann ja quasi hier hochgelaufen. Und kam dann zu dem Ding. Man hätte auch unten den Weg lang gehen können. Diese zwei Möglichkeiten gibt's hier ja jetzt auch. Ähm. Aber das ist jetzt halt... Ja, anders sind ja noch einige Sachen dazwischen. Jetzt. Aber das ist so das Erste, was mir aufgefallen ist, als wir vorhin... hier waren. Gut. Ihr... Seht den ersten Abschnitt hier leider nicht mehr, aber... Hey, hey, hey. 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 Ich stehe hier auf so der Kleinen. Lass mich da hoch. Lass mich. Schön, bleib ich da auf so einem kleinen... Eckchen stehen. Das Gevenger-Scentage. Hier eine Statue. Ich weiß noch nicht, wofür wir die brauchen. Aber das wird bestimmt alles hier noch so einen Grund haben. Jetzt verspritten wir hier lang. Und gucken uns hier... ...noch mal ein bisschen um. Ich weiß auch immer noch nicht, was das hier sein soll. Ich glaube, wir hatten da ja ein bisschen was zu gelesen beim letzten Mal. Ah. Die habe ich beim letzten Mal nicht gesehen. Also, eben. Als ich hier langgegangen bin. Guck mal, was drin ist. Guck mal, was drin ist. Gens Anhänger. Schön. Ich bin begeistert. Das hier ist dann wohl Kay ins Versteck. Guck mal. Der liegt noch an die durch. Sehr gut. Und ein einzelner Erfbrocken. Ich glaube, hier hinten hatte ich auch noch was gefunden. War nichts Wichtiges, aber... Es ist was gefundenes. So. Und hier unten sind noch die Überbleibste der letzten Nacht, anscheinend. Eine Fackel und noch eine Fackel. Und noch ein Snapper. So. Und jetzt wird es Zeit, uns die Truhen da oben zu schnappen. Die denen abgehangen sind. Hinterkopf. Denn hier hatten wir ja jetzt, glaube ich, alles. Da hinten ist ja Kayden. Da ist noch ein Pfeil. Sehr schön. Dann... Dann setzen wir hier mal die Leiter hoch. Ich kann da hinten alles... Fleischwanzen sehen, die ich erlegt habe. Ich will hier als erstes mal... Die haben verdammt viel Fleisch da drin. Hier sehe ich alle Fleischwanzen. Ich helfe so ein Fach, leider. Ja, hallo. Ja, hallo. Ja, hallo. Ich bin wie ein Wölf hier. Jetzt werde ich mal ganz kurz hier... Der Wolfscher zuckt noch! Da ist er! Äh... Oha! Du wüsst mich trotzdem! Moment mal... Jetzt bleib doch mal stehen, Wölfchen! Geht doch! Warum nicht gleich so? Dann werden wir jetzt auch noch... Und das hier scheint auch wieder so eine alte Minenentlage zu sein. Ja logisch, wir sind hier Minenteil, aber... Hallo? Geht aber zu Hause? Oder war ich? Okay. Aber das sieht doch sehr verlassen hier aus. Das liegt doch mit Folgen der Explosion. Noch ein Herzbrocken. Ich bin ja... überall. So, und jetzt weiß ich gar nicht mehr. Doch da. Da ging es auf jeden Fall drunter. Sehe ich schon. Die Truhe grinst uns an. Genau so wie die Fleischwanzen. Ja... Und hier haben wir Amulett der Erleuchtung, Dietrich Pfeil, Fackel... Und hier. Sehr schön. Da ist doch auf jeden Fall was für mich dabei. Und zwar das hier. Salem Pfoten weg. Ach, dann können wir auch gleich unser Leben noch auffüllen. Hm... Das. Ist glaube ich noch nicht voll. Doch, ist voll. Okay. Okay. Und eine Truhe gab es denn hier ja noch. Da haben wir alle Fragen, wo die nochmal waren. Ja. 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 Sehr vorsichtig. Ich kann hier nicht runterfallen. Okay. Haben wir unseren ersten Trank. Und ich denke jetzt können wir auch zurück zu Diego. Das ist nicht so. Ich hoffe. Kilometerweit sehe ich diese Fleischwanzen da unten liegen. Er ist auch schon. Heheh. Not bad, right? Well, it's not the best sword I've ever seen, but it's much better than what you had before. At least you'll have a real chance of winning a fight with this one. Anyway. You've already found something to defend yourself with. Okay, ähm, Caden, was hältst du von Caden? Ja, ich habe was gefunden. Ich glaube, da stehen wichtige Informationen drauf, vor das, was gestern Abend am Aufzug passiert ist. Interessant. Wahrscheinlich haben wir einen Moll, und der Atacke war premeditated. Gomes würde das gerne wissen. Good job, Rookie. Die Wahrheit ist, du bist hier ziemlich gut für deinen ersten Tag hier. Okay, los geht's. Great, folge mir. Ich bin in der Kolonie. Ich bin in der Kolonie. Wenn ich eine gute Waffe hätte, würde ich anders sein. Natürlich. Der Champion von Korinnis ist, dass ein Arme von Nocturnal Beasts verletzt wird. Ich hatte sie dort, wo ich sie wollte, aber dann musst du kommen. By the way, wo sind wir? Es sieht wie ein Theater. Es ist eigentlich ein ähnlicher Tempel, der hat verschiedene Gäste gesehen. Ich weiß, wie ein Pinos, Adanos. Und da hast du ihn. Belia. Es ist nicht mehr wichtig. Wenn das so wichtig ist, ist es gefährlich, dass die Predators hier nicht gefährlich haben? Ja, und das ist warum wir lieber arbeiten während der Tag. Die Tiere sind zu machen, die Dinge zu verändern. Warum ist das? Ich weiß nicht. Es ist die Magik der Barriere. Oder weil sie in der Kolonie so lange verletzten. Ich verstehe. Wolltf, Diego. Es gibt viele Rookte in der Kolonie? Keine sind. Keine sind. Keine sind. Aus den neuen Anrufen, ich glaube, nur du. Auch so, dass die alten Kamp's nanny ist kein einfacher. Wie du dir selbst gesehen hast. Du bist ziemlich gut an das. Du hast es gesehen. Du hast es gesehen, wie du es all deine Leben machst. Nein, Rookte. Vor dem Anrufen in dieser Cespel habe ich eine mehr komfortabelte Leben. Und eine mehr interessante Profession. Wie alle, ich glaube. Schau mal, da ist die Regierungscheidung für die Runde. Hä, nur zwei Männer, die ihn schützen. Ja, aber was ein Paar. Besonders Ory. Er ist ein realer Charakter. Grouchy. Loyal zu dem alten Kamp. Und ein großartiger Krieger. Ob es mit einem Schraub oder in einem Beard. So. Äh, so. Tiere mit Nahrung anlocken. Und die Tiere werden von Nahrung angelockt. Das kannst du ausnutzen. Besonders wenn die Nahrung in einem schlechten Zustand ist. Stimmte Tiere anzulocken und vorteilhafte Kampfsituationen zu wirken. Mit denen da reden wir gleich. Denn hier können wir jetzt auch das Lagerfeuer benutzen. Und wir können... ...ein scavenger Sandwich herstellen. Das können wir natürlich auch sofort machen. Und das geile, was ihr hier hört, ist ein Lied aus dem originalen Gothic. Welches, äh, von in Extremo ist. Ich halte die Szene leider im Originalspiel vergessen. Denn es gab im Original Gothic eine Szene, wo in Extremo im Spiel einen Auftritt hatte. Im alten Lager. Und da haben sie dieses Lied gespielt. Und ich finde das so gut, dass das hier ist. Ich weiß nicht, ob ihr es hört. Ehrlich? Ich weiß einfach nur. Aber wir reden jetzt erstmal mit Ori. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. In ein Vorgeschmack auf das alltägliche Leben hier in der Kolonie. Sei auf der Hu. Also. Hey. Doch. Hä? Und das alte Lager ist besser als das neue Lager. Warum soll ich mir um die Männer vom neuen Lager Sorgen machen? Okay, das war doch viel für den Lager. Much so. Occasionally I use rotten meat to lure the scavengers, but they rarely last around with me. They're lazy animals, really. The thing I miss the most about my long guard duties is a good drink. And I'm not talking about cheap beer or rancid wine. I'm talking about something exquisite. Something different that gives me joy once in a while. You mean something from outside the colony? Yeah, that's right. Sometimes I find a moment to look for things. But given what happened last night, I doubt I'll be able to move from here for quite a while. Das Witzige ist, wir haben diese Flasche schon. Deswegen geben wir sie ihm auch gleich. Hey! I think I've found something that will brighten your day. A bottle of wine from the harvest of King Robe II himself. Feinos? How on earth did you get that? Only Gomez has access to this level of quality. Wie stand da so rum? Well, it's a long and bizarre story. I'd rather not know. In any case. I don't think my boss would miss a bottle right. I can almost smell the wine from here. I don't think so. There are lots of bottles. And it's normal to lose one along the way. I like you, dude. I knew I could count on you. Or so I thought when I saw you with Diego. Let me give you this in return. It's not much. But it's the best I have right now. Still I think you can sell it easily if you want to get some more. In a game. Thank you so much for getting me this wonder. I will toast your hell. Gut, was warst du über den Angriff auf den Aufzug? What do you know about the attack on the lift? It had to be those lunatics from the new camp. And this isn't the first time we've had problems with them. Tension between the two camps is growing because of their looting and stealing. And this last attack has been the worst yet. Someday Gomez will get sick of their nonsense. And then they'll have a serious problem. Hey. Hey. Okay, I understand. And remember. Only the clever and the strong surviving the colony. Everyone else ends up being through the scavengers. Or worse. What are you doing? It's probably getting close to them. I got to go here and listen to them. For sure. Not going back, but it doesn't turn. weiter so hier ist dann weiter und das hier ist jetzt eigentlich wie im eigentlichen spiel mit dem tor gut die die leute hängen da glaube ich auch so dass man dann hier quasi runter gesprungen ist wir damals konnte ja auch durchs tor gehen die hier wohl schon kilometer weit vor gerannt jetzt eigentlich auch glaube ich hier waren die fleischwanzen die man noch mit einer hacke in der spitzhacke das einzige das man hier gefunden hat erlegen musste denn in diesem zeitpunkt hatte man eigentlich noch kein schwärz das hat man eigentlich erst hier in ein paar metern gefunden und das stelle sieht aus wie damals original damals auch mit der truhe hier und er schade dass ich das alles jetzt leider schon aufgenommen hatte und daher münze und die altbekannte spitzhacke ok wir kämpfen als erstes gegen die viecher würde ich sagen ja Was ist das? Schön. Sehr schöne Sache. Erledigen wir hier einfach noch ein paar Scavenger. Und ein röstiges Langschwert. Ein neuer Gegenstand und auch eine Spitzhacke ist hier. Brucht der Kerl da nicht mehr. Reisschnaps haben wir hier jetzt auch. Grafis. Schauen wir mal nach oben, ob es da auch noch was gibt. So. Und hier kann man jetzt auch hoch, wie früher. Ist aber nichts dran. Speichern wir auch noch mal. Ja, Tiere mit Nahrung anlocken. Das hatten wir ja eben gerade. Hier ist noch ein Scavenger. Hier ist noch ein Scavenger. Ich weiß noch mal. Ich weiß noch mal. Wenn ich hier jetzt sehr oft weiß, ich weiß. und alles nehmen und dann antelang schwert das hier können wir noch ausrüsten ich werde jetzt leider mal auf den stuhl daneben verfrachten bei der hals schläft ihr jetzt schon immer wieder ein spatz ausgegenstände bitte einmal fehlt noch einer speichern lieber vorsicht als nachsicht und snapper ganz großes schläft Ich werde mich nicht sehen, weil ich mich nicht drüber lassen will. Ich will keinen Zug durch, Snapper. So, und das hier ist, wie ich denke, wahrscheinlich der Ausgleich für den Goblin, den es hier sonst gab. Also im Originalspiel. Denn eigentlich waren hier, ich glaube, tatsächlich drei Scavenger, Mulrads und dann hier hinten halt so ein Goblin. Ja. Ich habe ja die Hoffnung, dass es... Nehmen wir einfach mal wieder ein bisschen was mit. Ich habe halt die Hoffnung, dass wir uns jetzt auch machen. Das hier können wir jetzt einfach hier mal so durchmachen. Franzenflesh bringt ja nicht so viel. Davon können wir eh nur eines machen. So. Schauen wir uns hier nochmal um. Gut, hier kommen wir noch nicht weiter. Ist der hier Wulfus? Ich will jetzt die ganze Zeit irgendwas schnarchen. Ruhe. Sehr cool. Und ein paar Pfeilen noch drin. Sehr gut. Also ich hoffe ja wirklich, dass das Spiel dann rauskommt. Weil ich glaube, ich finde das echt gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Kampfsteuerung ist sehr gewöhnungsbedürftig. Und die englische Sprachausgabe bin ich halt nicht so der Fan von. Was Gothic angeht. Aber... Das sind jetzt wirklich nur... Meckern auf hohem Niveau, sage ich mal. Ähm... Das werden wir noch nicht. Und... ... ... ... ... ... ... Vielleicht werden sie auch... ... entlocken... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Warte, ganz kurz das für Ostdauer hier. Aua. 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 Ey, heul du mal. Du bist ja gerade da in die Kumpel, ne? Wenn die Kumpel wegschleudert. Deinen toten Kumpel. Aua. Hm. Ach, das ist noch der Scavenger. Irgendwas drin? Äh. Natürlich nicht. Was ist hier? Da ist auch noch eine Truhe. Ach. Da hinten ist das alte Lager anscheinend. Ich wollte ja nicht so tun, als wenn ich's nicht wüsste. Das ist... Rezept Kap... ...Rinderbraten. Interessant. Da unten müssen wir anscheinend jetzt hin. Dann wollen wir das auch mal tun. Dann wollen wir das auch mal tun. Dann können wir den normalen Weg runterlaufen. Ich glaub, da hinten war so ein... Äh, war so ne Art... Wir könnten mehr pinkeln. Äh, war so ne Art Aufzug, glaub ich. Ich hab mir das, äh... ...letzten Mal... ...oder in der letzten Aufnahme, die ja schiefgelaufen ist, auch nicht mehr genau angeguckt. Laufen wir jetzt einfach mal hier entlang. Ja. Ja, ist... Ich glaub, wir uns gewann schon. Ich bin hier jetzt grade echt nicht mehr zuseinander halten. Und eine Fleischwanze. Nette. 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 Hier können wir die Pfeile anscheinend nicht mitnehmen. Da haben wir noch Bären Und nichts mehr weiter Auf schlechtes Fleisch Da ist auch noch eine Fleischwanze Da sind doch irgendwelche Tiere Und da unten steht Diego Wir reden hier erstmal mit Bloodwin War das im ersten Teil nicht der Schläger aus dem alten Lager? Das ist nicht mehr genau Drax und Radford sagen wir oft was Wer sind Drax und Radford? Ein Soldat des ersten Lagers hat Schulden im neuen Lager? Ja Wenn ich bedenke, dass die Snapper damals Oder dass man Dinos töten konnte Nach einem langen Leveln Hey, du bist zurück Was brauchst du? Und dass man eigentlich diese ganzen Kreiden und so weiter nur mit dem richtigen Ausbildungsgrund Komm schon Und wahrscheinlich habe ich ihn bei Diego gedrückt Du bist zurück Und in einer Sache Ich war nicht das Ja, es ist eine sehr einfache Mission Es war genug Ich habe zu schlauern Ich habe zu schlauern Ich habe zu schlauern Und alle mit dieser Schlauern Ich habe gesagt, dieser Mann hat das was es braucht für den Job Gut für ein Rooki Gut für ein Rooki Take das Und erinnern Sie, dass Sie immer bei mir bei der alten Kamm Das ist sehr generös nicht generös Nicht generös Smart Wenn Sie eine Schutz Ich kann es für einen kleinen Preis Für einen kleinen Preis Wie lange Sie können natürlich Ja Bloodwind nicht ein Finger wenn es keine Awe involved Das ist seine Philosophie Ist es? Eh More oder Well Rooki Now I need you to go up to the Watchtower and extinguish the Beacon You remember I'm new here, right? What Watchtower? In the colony we use old abandoned towers to send messages remotely A good flame is usually seen many miles away That's it Normally it will be enough to knock on the door but after the incidents of last night Gomez has improved security and that's why the old camp soldiers will only open the door if they see that signal and where's the watchtower you can go up the road or take the elevator as you prefer it's at the top near where bloodwind saw the sky once you're there you can use this key to open the door alright made why am I'm why it's you can't get to be honest und hier gibt es jetzt wunderbaren ich habe jetzt nämlich keine lust laufen das gewusst dann wäre ich da natürlich nicht wieder oben und nichts erledigt so beziehungsweise werden wir sind ja eh wieder runtergemusst Bilder sind aber schön finde ich Ich glaube da drin waren es keine zu viel hier sein oder? Hier zumindest gerade nichts Hm Flaschwanzen Da geht es aber ich könnte mir vorstellen dass man wenn es hier irgendwann mal rauskommt sollte dass es hier vielleicht wieder so Verwandlungen in Fliegen gibt und dass man dann da vielleicht rüberfliegen kann Das könnte ich mir wunderbar vorstellen Dann ist das alte Lager Ich würde mir vorstellen warum das da so alles Hill ist Natürlich aufgrund dessen dass man das noch nicht Also es hat schon zumindest für mich so einen kleinen Suchtfaktor für Hier Überraschung Das kräft sich auch so die ganzen Sachen hier Feuerung Wir benutzen das Signalfeuer Wir benutzen das Signalfeuer Wir benutzen das Signalfeuer Und nun können wir wieder zurück zu Diego und Bladwin Ah, da steht Diego schon Ah, sehr gut Ah, die Musik Und dann wird dieser Musik schmelzt sich dahin Aber ich muss echt sagen Dafür, dass ich die Elbenteile oder die Originalspiele alle kenne Finde ich, haben sie auf jeden Fall sehr, sehr gut hingekriegt Grafik ist natürlich wirklich besser Logischerweise Ja, wie gesagt, wie ich jetzt schon mehrmals erwähnt habe Das mit der englischen Sprachausgabe Ich habe mich da noch nicht ganz so mit anfreunden Sie ist in Ordnung Man kann das machen Würde mir eine deutsche Sprachausgabe zwar wünschen Hätte aber auch so kein Problem damit Die Kampfstörung geht gut Muss man sich immer erst reinputzen Das wird schon funktionieren Aber ansonsten, was die Musik angeht, finde ich sehr cool Ähm, auch dass sie ihren Extremmodell mit reingepackt haben Das mit dem Kochen finde ich auch sehr gut Ähm, Inventarsystem auch Die Dialoge kommen jetzt so im Englischen nicht ganz so gut rüber Und, äh, die Art des Helden ist ein bisschen das Letzte Und dass man dann halt so viel Einführung kriegt Aber Es ist halt auch eine Frage Wie modern es halt ist Also, früher wurde man in den meisten Spielen ja einfach reingeworfen Und man durfte zu sehen, wie man klarkommt Ist ja heute nicht mehr ganz so Ähm, ich kenne eigentlich fast kein Spiel Wo man einfach nur noch reingeworfen wird Und dann heißt das so Keine Erklärung, mach So Aber von daher Finde ich das an sich auch gar nicht mal so schrecklich Dass es eine Story gibt, quasi Und dass Diego halt auch die ganze Zeit irgendwie irgendwo dabei ist Also, ich finde, sie haben es soweit echt ganz gut gemacht Und ich persönlich würde mich tatsächlich schon mal freuen Wenn Gothic neu rauskommen würde In dieser Art und Weise Und ich habe aber wirklich nur zwei große Kritik Und auch das ist wirklich Meckern auf hohem Niveau Finde ich Ihr könnt mir ja eure Meinung Wenn ihr das Spiel selber schon gespielt habt Könnt ihr mir ja eure Meinung schreiben Oder wenn ihr es noch nicht kanntet Und es hier jetzt bei mir das erste Mal gesehen habt Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben Was ihr von diesem Spiel haltet Auch falls ihr das alte Let's Play von mir gesehen habt Und dann halt so einen Vergleich habt Oder falls ihr Gothic-Anfänger seid Könnt ihr das auch gerne schreiben Ich würde mich darüber freuen Eure Kommentare zu lesen Und ich würde sagen Wir sehen uns beim nächsten Mal Und ich hoffe darauf, dass das nächste Mal Gothic zu Anfang Also, ciao Ciao